Ich kann dabei nicht filmen. Ja, hallo und herzlich willkommen bei... Jan und... Maxi! Ja, das Halloween Special ist jetzt draußen. Heute ist Halloween. Deswegen machen wir ein Special. Ist jetzt hier sehr dunkel. Und... Da kommt ein Auto. Darum machen wir ein Special. Wir machen, weil Halloween ist, ein Halloween Special. Ja. Und... Wir haben jetzt beide hier die Mega. Und ein Knicklicht jeder. Das versuchen wir jetzt abzuschießen. Und das ist der erste Teil vom Halloween Special. Der Rest ist voll. Ja, ich habe mir jetzt das Teil an der Lippe geklebt. Und jetzt wird es Maxi abschießen. So, jetzt wird Maxi das grüne Teil abschießen. Go! Oh! Oh! Ach Scheiße, ich kann jetzt nicht mit Kamera nachholen. Shit! Die glännt! Die glännt! Nimm meine! Warte! Jetzt! Ich habe noch einen Schloss. Das hat die Lieder gezielbelt. Oh! Ich habe noch einen Schloss. Oh! Oh nein! Nun geht es das noch anders. Ich habe noch einen Schloss. Kann ich auch noch einen Schloss aufnehmen? Ja. Ja! 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 Jetzt müssen wir diese Teile abschießen. Maxi ist dort. Warte! Und go! Ja! 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 Fehlabwut abgehakt! Hör ihn blutet! Er blutet! Ah! Ah, er blutet! Wir sind jetzt hier auf dem Campingplatz, haben beide unsere Nerds und die Lungen haben überall gefahren. Also, auf geht's! Da ist der G. Okay! Dann kommt da irgendwas raus. Da sind welche! Da sind welche! So, jetzt laufen wir ein Waldstück vorbei. Da ist gleich ein Bach. Und hier kann ich in jedem Moment jemand aus der Ecke springen. Dann müssen wir uns jetzt bewocken. Geladen ist alles. So, jetzt müssen wir ein bisschen schneller gehen. aus der Ecke Meine Hose rutscht! Maxi! Hahaha! Hahaha! J-es Mann! Nochmal. Ist das Licht an? Ja. So, ich frühe jetzt Jan und Jan, Jan, Maxi. Warte, noch ein bisschen nachsprühen. Ein bisschen mehr, aber nicht mehr. Ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr.